Das richtige Equipment definiert die Qualität eures Streams. Deswegen gebe ich euch heute meine Empfehlungen für Stream-Ausrüstung. Vor allem, wenn ihr gerade anfangt. Und denkt dran, Qualität ist nicht das Wichtigste. Solange euer Stream anschaubar ist, also keine Ruckler hat, und vor allem anhörbar ist, also euer Mikro einigermaßen gut ist, ist alles okay und ihr müsst euch keine super teure Technik kaufen. Wenn ihr die günstigsten Sachen aus diesem Video zusammenzählt, kommt ihr am Ende auf 160 Euro. Das heißt, für 160 Euro könnt ihr super einfach loslegen zu streamen, sogar mit relativ guter Qualität. Bevor wir loslegen, noch ein kurzes Wort zu Owned.pro. Mit nur einem Klick könnt ihr damit über 500 Overlays und Alerts in OBS einfach installieren. Schaut mal, was alles dabei ist. So viele Sachen und ständig kommen neue hinzu. Es gibt sogar gratis Designs. Ich habe ein genaues Video dazu gemacht und auch erklärt, wie man es installiert und wie einfach es ist. Das könnt ihr euch hier anschauen. Wenn ihr mit dem Link unten in der Beschreibung ein Abo bei Owned.pro abschließt, unterstützt ihr mich auch noch dazu. So, los geht's. Zu allen Produkten findet ihr unten Affiliate Links, weil Geld. Ihr findet auch mein komplettes Setup dort. Und es gibt auch Timestamps. Wir fangen natürlich mit dem Wichtigsten an. Dem Mikro. Wenn ihr ein Mikro im Auge habt und vielleicht noch nicht wisst, ob ihr es euch holen sollt, schaut mal bei Podcast Stage vorbei. Link unten in der Beschreibung. Der hat wirklich so gut wie zu jedem Mikro da draußen eine Review gemacht. Ich würde sagen, wenn ihr ein gutes Mikro unter 100 Euro sucht, dann soll das Marans MPM2000U sehr gut sein. Auch das Auna 900B, da schwören so viele drauf. Die Reviews, die ich mir angeschaut habe, sagen aber, dass der Klang vom Marans etwas besser ist. Beide Mikros kosten so um die 80 Euro. Also ein guter Einstieg. Drunter würde ich halt nicht gehen, weil da kriegt ihr meistens wirklich nur Schrott. Und 80 Euro für Ton, was das Wichtigste einem Stream ist, auch zu geben, finde ich, kann man schon machen. Aber damit kommt ihr gut zurecht. Damit könnt ihr ewig lang streamen. Denn das ist Mikroqualität, wenn ihr es richtig einstellt, die passabel ist. Sehr passabel. Wenn ihr dann einen Schritt weiter gehen wollt, kann ich euch nur das Wave 1 ans Herz legen. 130 Euro ungefähr, je nachdem. Ich habe dazu eine Review gemacht. Könnt ihr euch hier anschauen. Dieses Ding ist mega. Wenn ihr euch das holt, braucht ihr eigentlich nichts anderes mehr jemals. Ich empfehle es nicht wegen einem guten Klang oder sowas. Das hat es auch. Sondern wegen der Software, die integriert ist. Und zwar ist es wie ein Mischpult. Ihr könnt dort verschiedene Audioquellen einrichten und auch die Lautstärke anpassen. Ihr könnt euch vor allem selber hören. Und das, wie ich immer sage, ist ein Game Changer. Jeder, der es etwas ernster mit dem Stream, dem kann ich das nur ans Herz legen. Der einzige Nachteil ist, dass dieses Ding kein Equalizer hat und auch kein Noisegate und ähnliches. Aber viele sagen, dass es noch irgendwann kommt. Denn eigentlich sollte das nur ein Software-Update sein. Falls ihr euch fragt, warum nicht Wave 3? Das ist quasi das Gleiche. Die Qualität ist nicht viel besser. Es hat nur ein paar Knöpfe mehr. Macht keinen großen Unterschied. Deswegen sage ich immer Wave 1. Das waren jetzt drei USB-Mikrofone. Das heißt, ihr könnt sie einfach anschließen und es funktioniert. Da es inzwischen eben dieses Wave 1 gibt, wo ein Mischpult integriert ist. Empfehle ich gar nicht mehr den Leuten, wirklich sich ein XLA-Mikrofon zu holen. XLA-Mikrofone sind die, wie das hier, diese fetten Kabel, die man reinstecken muss. So richtige halt Mikrofone halt. Nicht so für den PC, sondern richtig Mikrofone zum Singen auch. Die brauchen aber ein Mischpult, um zu funktionieren. Da es jetzt das Wave 1 gibt, gibt es für mich keinen Grund mehr zu sagen, jo, holt euch ein XLA mit Mischpult. Wenn ihr irgendwann natürlich upgraden wollt, euren Sound auf das nächste Level bringen wollt. In der Regel XLA-Mikrofone in Verbindung mit richtigen Mischpulten sind natürlich besser vom Klang her und auch von der Haptik und von der Einfachheit her. Aber für den Anfang kann ich das niemandem empfehlen. Holt euch so eins von diesen drei USB-Mikrofone und ihr seid safe. Um drei XLA-Mikrofone zu nennen, die ich gut finde, die ich bei vielen anderen Streamern sehe. Es gibt einmal das Audio-Technica AT2020. Das kostet so um die 80 Euro und wenn ihr noch mehr Geld ausgeben könnt, dann gibt es das Rode, Rode, ich weiß gar nicht, Rode oder Rode? I don't care. Rode Procaster, das haben auch sehr viele Streamer und lieben es ohne Ende. Und wenn ihr dann komplett durchdrehen wollt, das Shure SM7B. Das ist dieses Mikrofon, das ihr alle bei den großen Streamern seht. Und dieses Ding ist auch gut, es ist ein dynamisches Mikrofon. Das heißt, wirklich nur die Stimme wird aufgenommen. Das ist beim Procaster übrigens auch so. Aber dieses Ding kostet halt einfach sauviel und ist halt wirklich für die Profis, die halt auch viel Geld ausgeben können. Und ja, aber der Sound ist natürlich gut. Aber holt euch so ein Ding nicht, um Gottes Willen. Sowas holt ihr euch, wenn ihr sicher seid, dass ihr mit dem Stream euer Geld verdient, so ungefähr. Wenn ihr euch so ein XLA-Mikrofon holt, braucht ihr dann natürlich ein Audio-Interface bzw. Mischpult. Hier auch nochmal drei Stück, die ich empfehlen würde. Das Behringer Xenix einmal. Das ist so das günstigste von denen. Und dann das Focusrite Scarlet. Die Generation 3 soll immer noch sehr gut sein. Und wer die Fuffis so richtig in den Club schmeißen will, der holt sich natürlich ein GoXLR oder ein GoXLR Mini. Ich habe ein GoXLR. Es ist unfassbar geil. Es macht so viel Spaß. Man kann so viele Dinge damit machen. Es ist einfach purer Luxus. Und das ist es halt. Luxus. Es lohnt sich nicht für euch, wenn ihr anfangt zu streamen oder noch nicht wirklich Fuß gefasst habt, ein GoXLR zu holen. Das Ding ist mega geil. Aber Leute, es kostet viel zu viel. Was einen Mikroarm angeht, holt euch einfach so eins hier von Amazon, so ein günstiges Billo-Teil für 15 bis 20 Euro. Die Dinger funktionieren. Sie sind natürlich nicht der absolute Luxus und es ist natürlich manchmal ein bisschen nervig. Aber gebt nicht viel Geld für so einen Mikroarm aus. Da gibt es von Blue welche für 100 Euro. Aber Leute, chillt. Wusstet ihr eigentlich, dass 63% von allen Leuten, die meine Videos anschauen, nicht subscribed sind? Das ist immer, wenn man diese Statistik sieht, das ist so, hä, krass. Also Leute, ihr würdet mir einen riesigen Gefallen damit tun. Dankeschön. Direkt nach dem Mic kommt das Licht. Denn ohne Licht sieht selbst die beste Kamera total kacke aus. Ich habe ein extra Video zu meinem Licht-Setup gemacht. Und Licht, was ich empfehle, wirklich genauestens aufgebröselt. Das findet ihr hier. Zusammengefasst, ihr solltet am Anfang auf jeden Fall euch einfach Lichter suchen, die sowieso in eurem Haushalt existieren. Eine Lampe hier vor euch hinstellen, eine Lampe da hinstellen, flappt ihr da noch was und so weiter. Einfach euch mit Licht zustrahlen. Denn wer im Rampenlicht stehen möchte, muss tatsächlich buchstäblich im Rampenlicht stehen. Eine wirklich super günstige Lösung sind diese Newer hier. Zwei Stück um die 50 Euro und die stellt ihr rechts und links einmal hin. Dann habt ihr es eigentlich so wie ich und werdet richtig schön beleuchtet. Auch mega gut ist das Ding von Raleno. Auch ein LED-Panel, was dem Elgato Keylight sehr ähnlich kommt, aber nur einen Bruchteil davon kostet. Und eben diese dritte Empfehlung ist eben Elgato Keylights. Die Dinger sind einfach geil, kosten verdammt viel. Deswegen, ich kann es nicht empfehlen, die zu holen. Holt euch lieber die anderen zwei Lichter, die ich gerade empfohlen habe. Aber es ist halt einfach geil, wenn man mit einem einzigen Knopfdruck das Licht an- und ausstellen kann. Beziehungsweise heller, dunkler, was auch immer machen kann. Aber deswegen, nur deswegen, kosten die so viel. Von der Qualität her machen sie genauso viel Licht und sind genauso gutes Licht, wie die, die ich gerade empfohlen habe. Also hier auch, nehmt auf keinen Fall am Anfang das Teuerste. Das ist alles nur Bequemlichkeit und Luxus. Die anderen Dinger sind genauso gut. Kamera, das ist gerade echt ein leidiges Thema, weil die Logitech 1020, die so gut wie jeder empfiehlt und ich auch, einfach die ganze Zeit ausverkauft ist. Und wenn man sie findet, einfach horrend viel kostet. Dieses Ding darf nicht mehr als 80 Euro wert sein. Das heißt, wenn ihr eine seht unter 80 Euro, holt die euch. Herzlichen Glückwunsch. Die ist echt nicht schlecht als Webcam. Ich habe ein Video dazu gemacht, wie man Webcams oder allgemein Kameras sehr gut im Stream einrichten kann. Das findet ihr hier. Wenn wir in der Logitech-Familie bleiben wollen, gibt es einmal die Logitech Streamcam. Sehr, sehr gutes Ding. Und vor allem, die ich auch hatte eine lange Zeit lang, die Logitech Brio. Kostet eine Stange Geld. Kostet auch wahrscheinlich zur Zeit ein bisschen mehr, als sie eigentlich kosten sollte. Aber dieses Ding ist wirklich, wirklich gut. Eigentlich die beste Webcam, die man sich holen kann, bevor man auf eine Systemkamera geht. Apropos, meine Kamera ist die Sony Alpha 5100. Aber auch hier, holt die euch nicht. Vor allem nicht am Anfang. Wenn ihr irgendwann mal sagt, okay, das Stream geht end up, es macht mega Bock und mir schauen noch viele Leute zu. Ich empfehle euch die Sony Alpha 5100. Mega geil. Aber bedenkt, ihr müsst euch dann auch noch einen Battery-Dummy dazu holen. 100 Euro. Dann noch vielleicht eine Capture-Karte, die ihr noch nicht habt. 100 Euro. Und dann auch noch ein Objektiv vielleicht, was den Hintergrund noch unschärfer macht, wie bei mir zum Beispiel. Nochmal 100, 200 Euro. Und auf einmal kostet dieses ganze Systemkamera-Dings 700, 800 Euro. Deswegen holt euch am Anfang einfach nur eine Webcam. Wie zum Beispiel gibt es eine Webcam von Orki. Die sieht nicht schlecht aus. Genauso von Ota. Sieht auch nicht schlecht aus. Die könnt ihr euch holen. Aber vor allem habt ihr alle schon eine Kamera wahrscheinlich in eurer Hosentasche und zwar in eurem Handy. Es gibt zum Beispiel Epoch Cam von Elgato. Kostet 9 Euro. Und damit könnt ihr einfach euer Handy anschließen mit dem PC und schon habt ihr eine Webcam, die euer Handy ist. Gibt es zur Zeit leider erst für Apple, wird aber für Android noch kommen. Aber es gibt auch IP-Webcam. Das ist auch eine kostenlose App. Damit könnt ihr ganz einfach euer Handy mit dem PC verbinden und schon habt ihr eine Webcam. Also es gibt echt keine Ausrede. Ich finde keine Webcam. Ihr habt höchstwahrscheinlich ein Handy, das eine Kamera hat. Let's go. Zählen wir mal die günstigsten Sachen zusammen. Wir haben einmal 20 Euro für den Mikroarm. Dann haben wir einmal 90 Euro für das Marans USB-Mikrofon. Dann 50 Euro für so zwei Newer-Lichter, die euch echt krass anballern werden. Und eigentlich 0 Euro für eine Kamera, denn ihr habt ein Handy. Und die App dafür ist kostenlos. Das war's. 160 Euro und ihr habt echt eine schon gute Qualität in eurem Stream. Meinetwegen noch eine 40 Euro Webcam obendrauf. 200 Euro. Klar, solltet ihr einen PC und Internet haben. Das wäre jetzt ein bisschen blöd von mir, das dazu zu zählen, weil jeder PC ist anders. Man kann sich inzwischen PCs zusammenbauen für 300 Euro, die streamen können. Also da findet ihr genug Videos auch auf YouTube übrigens. Aber selbst wenn ihr all die Sachen euch nicht holt, könnt ihr anfangen zu streamen. Wenn ihr ein Handy habt. Ihr könnt mit dem Handy einfach anfangen zu streamen. Just chatting, da sitzen, mit den Leuten chillen, unterhalten, was auch immer. Ihr könnt einfach anfangen. Noch eine Quick Round für nützliches Equipment. Es gibt einmal das Stream Deck. Purer Luxus. Es ereinfacht einem einfach nur Sachen in seinem Stream einfacher zu gestalten, zu aktivieren. Gibt es übrigens auch eine Gratis-Version. Und zwar nennt sich das Ganze dann Loop Deck. Nein, das war Bullshit. Touch Portal. Loop Deck ist sau teuer. Touch Portal. Wenn ihr Bock habt, das Bild eurer Konsole auf den PC zu übertragen, braucht ihr eine Capture Card. Aber auch hier gibt es schon Capture Card für 13 Euro. Die sind vielleicht nicht die besten. Die halten vielleicht nicht ewig. Aber es sind 13 Euro. Ansonsten natürlich die Elgato HD60S. Funktioniert super bei mir. Habe ich seit zwei Jahren. Gar keine Probleme. RGB-Flutlichter für den Hintergrund. Vielleicht kann man sich auch noch holen. Viele andere Sachen habe ich in meinem Geschenk-Video auch aufgezählt. Das findet ihr hier. Zum Ende noch. Vergesst nicht, das hier ist alles subjektiv. Die Sachen, die ich empfehle, haben andere Streamer zu mir gesagt, dass sie sie gut finden. In meinem Chat viele Leute gesagt, ich habe sie selber und kann sie somit empfehlen. Im Endeffekt wird es genug Leute geben, die sagen, wie kannst du das nur empfehlen? Das ist Schrott. I don't care. Ich finde sie gut. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bye bye. Auf Wiedersehen.